Wie werde ich Moderator? Ganz einfach, du kannst bei uns unseren TV-Check machen, der geht 60 Minuten. Und da kannst du herausfinden, ob der Beruf TV-Moderator für dich überhaupt das Richtige ist. Du bekommst natürlich von uns auch fachkundiges Feedback. Einer von uns ist immer vor Ort und wir fangen da auch schon mal an, so ein bisschen mit euch zu arbeiten, damit wir auch gucken können, okay, was geben wir dir für einen Rat? Ist das was für dich oder ist das nichts für dich? Und was wäre für dich das beste Training? Weil nicht jedes Training ist für jeden gleich gut.